Du hast die Macht. Hi, wir sind hier auf dem Splash für Reputation TV. Ich bin Lea. Was kann der deutsche Rap, was zum Beispiel der amerikanische oder der französische Rap nicht kann? Man merkt auf jeden Fall, dass wir eine Kultur von Dichtern und Denkern sind. Und ich finde, hier ist der größte Wortschatz. Ah, eine Banane. Auf jeden Fall wie das Mikrofon. Eine Banane. Alles Banane, du Pflaume. Perfekt. Ein paar Vitamine braucht man auch. Nach einem Glückskeks und einem Schluck Alkoholensäure. Gehst du wählen? Ich gehe wählen, wenn manchmal mein Vater mich daran erinnert. Nee, also ich bin wirklich ziemlich politikverdrossener. So, hinter uns der schöne See. Das ist so wunderschön. Aber wir haben hier gleich schon mal was bedeckt. Folie. Damit es nicht beschmutzt wird. Ich verzweifle alles tun und ihre Seele verkaufen. Weil sie alles tun. Für Hab und Gut ist ne Seele wieder weg. Sie war nicht stark genug. Oh, ich hoffe, ich bleibe schon. Habe kein Wort auf die Masur. Und komm, was sie umkreuze mich schon. Die Dämonen wollen mit der Zukunft. Nein, nein, nein. Ich war nicht stark. Weg nach Vertrag. Gewinn dagegen noch. Und wie gesagt. Doch hoffe ich, dass ich nicht versag. Hip-Hop lebt und hier sieht man es. Auf dem Splash 2013. Wie ging es dir denn so nach dem Gewinn bei Reputation? Nach Reputation hat sich vieles verändert. Mein Kindheitstraum hat sich erfüllt. Ich war in der Juice, sogar auf der Juice CD. Und es haben sich so viele Möglichkeiten gebildet und eröffnet. Und ich bin einfach nur dankbar für diese Möglichkeiten. Hallo, hier ist Jacques Usa für Reputation TV. Deine Message, dein Mike. Und zwar sind wir hier mit unseren Komposttoiletten. Zehgespäne saugen eben die Feuchtigkeit auf. Und dann kommt es eben nicht zu den chemischen Prozessen. Und es gibt eben auch großen Bedarf in dem Sanitärbereich. Gerade bei mobilen Sachen wie Festivals. Wir sind heute auf dem Splash-Raptival und wir hatten die Splash-Speedbox-Battle. War super erfolgreich. Straßenrap klingt so, das verallgemeinert halt viel so. Ich rappe unterteile ich den guten Rap und schlechten Rap. Und guter Rap, der sich mit dem Thema Straße beschäftigt, sagen wir es mal so, hat absolut, finde ich, einen Platz verdient so. Hallo, mein Name ist Prinz Pi und ihr seid bei Reputation TV. Macht da mit. Das ist eine super Sache und engagiert euch ein bisschen. So, ihr beide glaubt also, ihr werdet witzig, ja? Ein bisschen doofe Internetvideos machen, ja? Und sie dann auf deinem Rohr hochladen, ja? Klappe! Alter, hast du Spannung auf der Pooperze? Oder war's?